so und wieder zurück bei dunkelguck 64 ich mach jetzt so die letzten part erst mal ein bisschen schlimmer mit dem niesen und husten und so mist natürlich nicht hier im letzten player nicht unbedingt die frage ist eben jetzt versuchen wir versuchen wir direkt durch oh mein gott so klaus ok hat einfach was nach lander 25 das ist immer noch die dümmste taktik aber einer der fest hier wo wir dann und 150 bananen das ist ja in die food so close bananaramas haben wir schon 47 stück die haben noch zehn und das ist schon ein bisschen hardcore dass man so alles suchen muss aber ich muss das nie so unterdrücken haben wir auch fertig erst mal da wird es wieder raus weg da wird es wieder raus gehen aber ich kenne noch mal zurück gehen ok das ist noch etwas mit tiny beziehungsweise weil die hier München sind ja ich möchte dann halt mal raus gekickt und zwar auch nur ein bananenspiel ruhig gesagt wo ich jetzt hinauf will sind eigentlich so die letzten bananen und der ganzen quatsch gab es denn nicht was zu switchen die die welt zu meiner rezeption wo ich so halbwegs bananen und könnte dafür müsste ich auf vier gehen glaube ich dreist den nur kurz mehr so 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 das sind ja auch nur Bananen, da sind Münzen, das ist wirklich, ich sage immer so nicht mit Münzen, Bananen sind mir wichtiger kann aber nicht sein, dass es, ich sage mal, dass es alle waren, aber man muss ja irgendwo noch so ein, so ein Versteck sein, oder ein Teil, wo man noch Bananen kriegt kann natürlich mal hier ein bisschen rumfliegen fändet sich unsere Kristalle anhalten, ne warte mal, da geht's runter oh, das war knapp aber vielleicht ist hier nur was ich bin nochmal auf Hoffnung hinaus aber ich glaube nicht dass sie hier irgendwas bekommen das ist ein Tor das ist ein freaky Tor und blau aber rot hier gibt's auch Bananen, das ist nice und zwar blaue, 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 blaue gut, dass wir dann und angegangen sind wir kommen auch alle voll ich würde mir das aber noch gerne hier angucken hier haben wir was nice ist ok, hier können die drei öffnen also die Frage wenn wir jetzt alle haben, gehen wir dann zum Boss warum 25 Bananen noch vielleicht kriegen wir die zusammen und dann gehen wir mal ab Feder Box ist hier noch eine Leibchen da ja da wird rein gehen das ist jetzt weggegeben moment ein moment geht man eben genau hier unter weil ich hätte genau drunter springen sollen ich hatte denkt so bist du eigentlich lang oh mein gott sind doch gar nicht nervig wir haben auf dem boden ja gut ich sehe ich automatisch weiter da seine macht das einmal so komme ich dir auf jeden fall weg wer denn hier seine finger im spiel blau ne tiny hat die finger hier im spiel wären das die letzten fünf oder haben wir uns fehlen noch sieben bananen das ist ein bisschen schatty happens was gab oh jetzt bekommen wir ein upgrade oder was weltammer 2 ja gut dann würde ich sagen kurz katja und dann sehen wir uns gleich wieder